. Umgezappt, Alter. Wahnsinn. Wollen wir Klassik kurz? Na los, hin, wir müssen. Das muss, das muss. Das schmal kriegt man hier und dort auch. Oder hier unten, auf die Hütte hier unten. Oder dort mal, ja. Da waren wir ja noch nie drin. Was ist denn das? Ja, es sind schon wieder Birnen am Start. Ja, auf eine Idee, was da runter geht hier. Das dauert so lange. Und manche machen ja gefühlt senkrecht runter und sind da. Ja. Du kannst aber auch nicht schneller runter. Ich fliege mal gegen eine Felsen jetzt und lass mich dann runterrutschen. Ich hab ein Insekt. Hast du? Hast du? Hast du? Ja, ja, ja. Okay. Ich hab ihn nicht erfunden, die Idioten. Wollte mich hier oben überraschen. Komm zu mir und ich öffne einen Sekt. natürlich nicht für meine quest aber egal meine auch nicht ach so stelle meine schildtränke bloß wahrscheinlich was ich muss dich beschützen gegen dich ich höre doch hier eine kiste aber ja ich auch über uns oder die ganze bude hier ist nicht nur jetzt ja in den scheiß punkte rein immer noch oben hier oben sollte man nicht irgendwann mal mit mit dem moped distanz zurücklegen vorhin ja oh halt einmal da oben was er will nur deine haut stimmt stimmt ich bin ja musste ein objekt der begierter da will ich noch deine haut 2 minuten 50 noch ich hab noch gar nicht gesehen vor allen dingen nicht auch nicht das dumme schwein so wir verschanzen uns jetzt hier oben legen wir ihn um ja so sieht es aus da muss er jetzt irgendwie rauskommen eigentlich schon ah ja hinten läuft nach links zur brücke bestimmt unter der brücke lang da hinten die gehören zusammen die springen herum wie die flummis also wie der flummis die wollen es doch hier bestimmt wir können sie nicht hoch und das aber das schaffen sie so nicht müssen weiter hier waren wir auch noch nie oder die zonen bleiben die zonen kopfgeld abgeschlossen geschützt hier wird scharf geschossen ja ich spürs noch nicht wo das sind nicht wenig auch hier die kämpfen gegen die äthioten hier 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 schießt du ja ja kurz weg das war knapp so gold noch hinter und die königin hier 23 abschaut die königin war notan ein spieler einsatzbereit er hat mich dieses dumme schwein da ist das rum gespringen ja immer noch brauchen waren jawohl nein die zone und gleiche retten und ja hier habe ich nicht ja ja macht ich weg hier also hier geht er per ab weg hier weg hier mit dem arzt koffer und ein lass mich los ich bin arzt doch hier so jetzt muss ich gucken wo es hier reparaturplatz ah ich sehe da was hier oben irgendwo weiter rechts und immer geradeaus geil habe ich dich auch ja ja ich denke schon ich sehe dich auch nicht gerade habe ich nicht mehr gesehen ich habe die karte auch nicht mehr gesehen meinst du ja was war denn das in der hektik habe ich nicht richtig gucken können hier unten hier unten ist noch liegt noch zeugs am strand sehe ich auf der insel da siehst du was kurde hier wo er springt springt und macht den fallschirm auf ich gehe den auf dem baum na klar wie schnell die immer mit dem haken und ja kommt doch auch alter beete liegen die machen es nicht einfach aber gelbe wir sind im kunstkreis des gelben ja irgendwie muss ja noch immer sind wir nehmen wir zeug von dem was bleibt schon wieder was naja hast du alles was wir machen es aus dem staub hier runter zum suv was bleibt denn hier schon wieder aus drüben und dem haus immer noch nicht dass er seinen kumpel dort zum auto bringen will weiß ja ja pass auf lass die zeigte ich nicht so nicht dass ich weiß nicht ich habe den mini sehen aber der scheinbar über uns oh ja da ist er lassen wir schön an land kommen oh nein er trifft was ist das wir müssen mal hinhalten bis die scheiß zone kommt dieser fährt hat sich weht weg ist er geil hinter luft geplatzt das arsch doch alter ich muss da hoch ja da ist kann auch schild fangen wir mal ein hier ist sein hier und liegt nur noch eh noch das war der zweite hat doch getroffen wo ist mein blut soll ich denn dinge nehmen ja 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 weil ich das ist alles gleich mehr geht nicht so machen wir uns das auto wenn du genug hast schicke dich im auto ganz genau das war glückstreffer junger oh da bin ich jetzt hier da hätte ich dann ganz so schnell die waffe wechseln ja das geht noch nicht da war nicht schlecht unterwegs aber hätte uns auch gar nicht so schnell das feld abgezogen war eine knappe sache noch sechs leute hier drüben sieht es gut aus Wir müssen uns hier verdecken, bis wir noch Vierer sind. Zone fährt, wir können weiter fahren bleiben, komm rein. Hier oben ist es immer schön, in der Mühle, da bin ich gerne, wenn es gut geht. Ich springe hier schön aufs Bach, ich gehe schön hier in der Mühle. Das hat schon mal so nicht gesniped. Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Warte, die Birnen dort. Ah ja. Ah ne, das sind die Wetterbirnen. Ja. Aber die schießen nicht auf irgendjemanden, ne? Mhm. Man, treffe ich die Birne mal nicht. Jetzt. Da hat wohl bloß immer 3 Schuss drin hier im Magazin. Ja, ja. Nerv. Sag mal. Oh. Ey, wirklich 3 Schuss hat er da drin? Ja. Einer liegt. Okay, cool. Genau in der Fresse. Oh, er steht. Er trägt nicht. Schieß den Tod. Ja, würde ich ja gerne. Er verreckt in der Zone. Ja, natürlich. Da müssen wir auch auf unseren Rücken aufpassen. Mhm. Hier läuft einer Play. Hinter uns. Warte. Ich steh ihn nicht. Hinterm Stein hier. Ja, gut. Das stimmt. Oh, die Zone kommt. Los ins Auto. Oh, nein. Komm. Komm. Komm, Alter. Let's go. Oh. 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 Ich mach' noch Bier. Du musst mich flicken. Du musst aufpassen. Oh. Oh. Was machst du? Ich mach' auch mal. Oh. 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 hinter uns rennt irgendwas jetzt kommen wir wieder schön aufs dach hier sind welche drin oder ne warst du das ich fokke es ok jetzt hält mich auf gleich Mensch mach dich doch mal hier hoch schnell Nein, er trifft natürlich, ne klar. Scheiße, ach man, dieses dummer Schwein, ach man, so ein Mist. Bis zum nächsten Mal.